Stapel Da können die nicht durchkommen. Das wäre echt lachhaft. Ich glaube hier muss noch mehr hin. 4 1 5 5 5 5 6 5 7 8 10 10 11 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und da wo die kiste steht da kommt eigentlich die hausmaul hingeht dann machen wir halt noch mal eine reihe hin mir doch egal wie habe ich das vorher gemacht dass ich das reparieren kann gar nicht wie konnte ich reparieren wie konnte ich reparieren die reparieren geht es schon ich habe ein reparatur kit nein reparieren das reparatur kit es kommt in die schmiederei das ist ein tool dafür damit man erbauen kann nicht kommt den hammer theoretisch durch die zu tun haben nur benutzt er nicht das ist doch besser wenn wir den der schmiede drin haben da bleibt doch dann da drin bevor du den für den hammer einmalig benutzt mit nur kenne kann ich doch nicht und drück den hammer und den doch noch zurück wieder rein wo ist noch ein bisschen holz ich glaube in der richtung da hinten sieht es mit dem essen aus ne ich hab nul Prozent essen ja klar alter du bist jetzt echt in die einen spikes da reingefallen in die eine das eine ding da drum rum ja ich wollte mauer machen und gleich runter fallen nein warte mal ich probiere was ja wir haben jetzt gut dass ihr das bett direkt auf mein fach ich mein kaffee ist weg dann und weiter also ne ich hab den noch nicht getrunken bestimmt da kann man denn halb mehr so einen Platz nehmen das weiß ich noch nicht gekoppter Maiskolben nein Flasche Wasser da geht es nicht so und es ist echt schade dass dann Prozent das wasser und müssen wir in die Glas herstellen das gute Wasser so aber wenigstens gibt es nicht am meisten die Schöpfung zu ein Tor wo ist die hier ein Top nein ja gut ich muss mir was haben wir kommen wir sind da gerade er wird wenn wir mir vorbei Kartoffel, Pilze, Flasche Wasser, Neue Um aufzuwerten, nimm dir aus der Kiste hier einen Schraubenschlüssel raus, das geht schneller Maisbrot Aber ich glaube, den Maiskorn kann man auch so essen Geil Da brauchst du mal genügend Getränke, das Wasserraum Du kannst dann aus der Konserve, glaube ich, auch trinken Das Glas musst du zum Kochen benutzen, du kannst ja Konserven sammeln So, ich mach mich wieder auf die Pirsch Gerne Ich geh jetzt in die Scheune rein Die kannst du aber doch nicht Stapeln die Konserven mit Wasser, die sind alle einzeln Ja, voll Bullshit Also, Hunger müsste man eigentlich keins haben Weil Wir haben so viel Mais hier rumliegen, das kann man roh fressen Da verbrauchst du kein Wasser Aber es bringt halt zwei Prozent, aber wir haben ein Maisfeld, das ist so groß wie keine Ahnung Das hält ein bisschen, ich hab gerade 135 hier abgebaut Also, geht schon Schackeln, bringen die eigentlich was, wenn man die irgendwo hinmacht, oder lackt man da noch mehr Füße an, oder siehst du? Das weiß ich nicht, ich hab halt hier einfach Fürs Licht In dem Bauernhof forst du schon selber, oder? Ja Okay, danke fürs Gespräch Jaaa Das ist doch scheiße, ich hab's noch, dann hat's doch nicht geklärt 71 In dem großen Haus war ich auch drinnen, ne, da steht noch zu, und in der Garage war ich auch nicht Und dann geh ich da jetzt rein Boah Dauert ein bisschen, aber So So Das kann ich wieder ein bisschen Holzgruden geben Hm Hm Hier gibt's halt noch eine zweite Brücke auch noch Ja, ich probiere das gleich, warte So Schön dunkel war mir da drin Boah, steckt mich halt Ich hab den Bauer gefunden Den Bauer? Jo Ich glaub, der schaut mal original aus, den Bauer Hehehe Ne, Panelengrad Und was hat er dabei? Ein T-Shirt Und Fleisch Und Zombie-Fleisch oder normales? Verdorbenes Fleisch Ne, das kann schliegen lassen, das ist Quatsch Wie kann man denn so eine Facke an die Wand hängen, das hab ich noch nie gemacht Auf L2 Alter, was ist das hier? Mhm Ähm Ich farm hier grad irgendwas ab, das ich noch nicht gesehen hab, irgendwie Mal einmal, der hängt hier doch nicht hin, wie auf L2, wie soll das gehen? Mhm Bei uns schon Ah, jetzt hier unten hab ich auch gesehen Ich hab ganz viel Nitratpulver und wir haben verdorbenes Brot, glaub ich, den können wir jetzt auf jeden Fall Antibiotika herstellen Ja man, das fehlt uns sogar, glaub ich noch Wenn ihr Hunger habt, dann geht zum Weißfeld und holt euch Mais und esst es einfach andauernd nebenher Da füllt euch wieder komplett drauf, also Hunger dürfte man keins haben Ich brauche jetzt übelst viele Holzdinger Ich brauche einen Wald, damit wir hier noch ausbauen können Geh nix